Die Geburtshilfe ist die Kunst, die Geburt, die ja ein natürlicher Vorgang ist, so zu unterstützen, dass nichts Schlimmes passiert, dass die Geburt hoffentlich leicht vonstatten geht, dass man die Gebärende dabei unterstützt, ihr Kind auf natürlichem Wege zur Welt zu bringen und dass man rechtzeitig agiert, wenn Gefahr droht, Gefahrenverzug ist für Mutter und Kind und man dann Schritte einleitet, die zu einer gesunden Geburt des Kindes führen und auch die Mutter dies gut überstehen lassen.